Nur zwei, ja. Sigma Nolo! Für Kumatsche! Jetzt lasst es auf Sigma, der direkt weiter per Touch. Was eine Phase jetzt hier von Kumatsche und Alba Berlin. Das war wie einem All-Star-Game. Oh! Oh! Und auch der ist wieder unterbunden. Oh! Oh! Was für ein Block von Luis Olendi! Wow! Die langen Flügel des Albatros schlagen den Ball aus der Luft. Auf die DBL konzentrieren. Er wachsen vor. Eine Mannschaft, die einfach, schauen Sie sich das mal an, zusammenspielt. Als ob es völlig egal ist, wer da auf der anderen Seite ist. Ja, man kann es nicht anders sagen. Weltklasse gespielt. Dort läuft wieder der Zug. Eli Jupp wäre möglich gewesen. Delo, Shotfake, attackiert selbst. Legt ihn hoch! Für Kumatsche! Das ist Haarlem Globetrotters Basketball in einem Finale beim FC Bayern München. Und Trinkieri hat keine Auszeit mehr. Bumm! Blatt auf das Silber. Mal ein Hauch leichtes Spiel hier. Der Slip in der Mitte. Pass raus in die Ecke. Sigma fünf Sekunden. Noch attackiert gegen George. Boah! Wird den noch los? Der Domingo-Wurf ist gut! Luke Sigma! Und der tut verdammt weh aus Bayern. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. In großen Spots von Luke Sigma. Selten so schmerzhaft für eine gegnerische Mannschaft. Der ist fast unmöglich, der Wurf! DKW. Das kann Bank. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.